Bayek erhält einen Brief von Ammonet, in dem sie ihm von Gerüchten über ein weiteres Relikt berichtet. Er bricht auf, um danach zu suchen, aber als er in Theben von Bord geht, findet er eine bedrängte, unverängstigte Stadt vor. Die alte Hauptstadt wird von einem tödlichen Fluchheim gesucht. Längst verstorbene Pharaonen kehren aus den Jersatz zurück, um sich an allen blutig zu rächen, die ihre Gräber geschändet oder ausgeraubt haben. Bayek sucht nach einem weiteren Artefakt, aber Theben wird von einem erschrecklichen Fluchheim gesucht. Haben wir euch gerade vorgelesen? Isidora hat uns hintergangen. Wir müssen sie eliminieren. Isidora befindet sich im Tempel. Damit wird sich der Kreis schließen. Die hat von Anfang an gegen uns gearbeitet und Relikte, glaube ich, auch verkauft. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Seit wann gibt es hier Wachen? Die werden mich nicht kommen sehen. Das Relikt bringt nur Verderben. Isidora kann nicht glauben, dass das der Wille der Götter ist. Scheint sie aber zu glauben. Da ist sie. Sieht sie aber quasi ganz allein da unten? Ne. Ist ein Haufen war der Gegner drin. Schade. Tja. Da, 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 da. Da. Du, 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 du. Au! Boah, das habe ich gesehen. Da wurde ich in den Geschossen. Das will ich gar nicht so genau wissen. Da ist schon wieder. Das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Oh, Isidore rennt weg. Sie hat die Armee von Anubis beschworen, um sie zu beschützen. Bleib doch stehen, Madame. Ich will dich doch nur ein wenig kennenlernen. Wuh, wuh, wuh. Was hast du jetzt zu sehen? Wo ist sie hin? Da. Da, 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 da. Ah, verdammt. Erwischt. Der Leber hat sie noch. Mist, sie ist hier rausgekommen. Verdammt. Ach, Mann. Muss ich hier jetzt wirklich mit dem Bogen kaputt machen? Na komm. Hab dich nicht so. Ist das langsam, ey. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen aufbrennen. Da, 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 da. Jetzt hab ich sie. Abgefackelt. Ach, das Relikt. Es spielt mit meiner Wahrnehmung. Ach, das war sie nicht. Ich muss sie finden. Ach, das ist ja interessant. Also waren das keine... Römer. Oh, der hat richtig gut gesessen. Oh, jetzt können wir da rein. Sehr gut. Das ist doch ein Ort, wo wir... Das ist ein Ort, wo wir noch nicht waren. Jetzt können wir es öffnen. Äh... Vielleicht. Verschlossen. Was auch immer ihre Beweggründe waren. Sie müssen hinter dieser Tür liegen. Die Kamera hat sich mal entschieden, zweimal vorzusuchen. Das ist so viel. Hört euch das an. Gut, wie kommen wir jetzt da rein? Brutale Gewalt. Offensichtlich nicht. Oh, warte mal. Nimm doch einfach den Weg da oben, Bayek. Als Gemahlin des Verborgenen behält sie ihre Geheimnisse bei sich. Wiederherstellung... Sie will beenden, was ihre Mutter begonnen hat. Eine Notiz. So wie den Gott kann er auch das Gleichgewicht wiederherstellen. Wiederherstellung der Ma'at. Die Reliefs in der Nekropole sind zerstört, aber in der Nontut... N... 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 ... die es jetzt hat. Nun sollen sie jetzt hittern, vor der Macht des Amun. Texte zum Maat-Ritual von Itokris. Gottes Gemahlin des Amun. Ist das etwa Isidoras Mutter? Itokris zum Maat-Ritual. Die Kugel wurde hochgehalten. Sie wurde den Gläubigen gezeigt, um das lebende Abbild von Amun, den Wiederhersteller des Glaubens, Tut-Aj-Amun zu ehren. Könnte diese Zeremonie alleine schon genügt haben, um die Diebe abzuschrecken, die die Gräber erschennten? Itokris, Gottes Gemahlin des Amun. Ähm, diese Kugel, die die erwähnt, das ist der Eden-Apfel. Den Ezio. Ihr wisst schon. Ich versuch's nicht zu spoilern jetzt. Aber es geht um den Apfel. Nach Echnatons Herrschaft stellte sein Sohn Tutan-Chamun die Amun-Tempel wieder her. Er gab die Sphäre den Priestern. Sie hatte das Relikt die ganze Zeit. Okay. Ein verborgenes Grab im Tal der Könige. Es wurde nie entdeckt. Wie der Hersteller des Glaubens, im Tal der Großen haben wir ihn begraben. Ihn, der Ägypten wieder zum wahren Glauben verholfen hat. Der Sohn des Aton wurde das lebendige Ebenbild von Amun. Wir hatten keine Zeit, ein großes Grabmal zu errichten, aber seine Ruhe sollte nicht gestört werden. Er soll unberührt im Haus der Ewigkeit ruhen, das wir in den Grund des Tals geschlagen haben. Auf ihrer Suche nach Gleichgewicht und Wahrheit könnte sie zahllose töten. Das hätte ihre Mutter nicht gewollt. Ihr seht doch aus Briefe. Der eine aus Siva. Als er mir sagte, dass der Grabräuber tot ist, war mir als wäre mir die Luft aus meiner Brust gestohlen worden. Er führt Amuns Willen aus. Meinen Willen. Kann es wahr sein, dass das Relikt, das schlafend in ihren Händen lag, sein Instrument ist? Es hat meine fünstersten Gebete erhört. Was brennt da? Irgendwas brennt hier gerade. Und straft die Diebe und Grabschänder. Und was ist mit dem Ritual? Mit der wahren Macht des Reliks können Gleichgewicht, Harmonie und Maat endlich wiederhergestellt werden. Sie will beenden, was ihre Mutter begonnen hat. Ein Ritual, um die Maat im Grab eines längst vergessenen Pharao wiederherzustellen. Tut ansch, Amu. Fajek. Tun wir nicht so, als wärst du 300 Jahre alt. Dieser Ort wird schwer bewacht. Dann peamen wir uns einfach. Das Grab mal von Tut ansch, Amun ist jetzt unser Ziel. Das Grab mal, wo ich meine, den Pharao noch nicht erledigt zu haben. Das ist nämlich das, was ich... Wir waren da schon mal, der Duat. Ist das. Das Jenseits heißt auch Duat an der Stelle. So, und für das Finale. Wie ziehen wir uns denn an, bitte? Ja, bleiben wir so. Ich finde das ganz okay. Okay. Aus dem Weg. Was stimmt nicht mit dir? Bald. Ich reiß dir die Angebeide raus. Du kannst nicht fliehen. Nee, ganz geklappt. Wow. Oh, ich finde das cool, wenn die Ragdoll-Physik nicht so richtig am Klicken ist. Und ich weiß, was das Spiel von ein will. Dann dreh die durch. Ist das sicher, dass es das Grab mal von einem Moon ist? Ich weiß, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren. Aber diese Sphäre verdirbt alles, was sie berührt. Hier liegen jene, die mal in Let's Play schauen. Oh, da passiert was. Irr-Nif-Di-In. 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 Gibt mir die Sphäre. Ich will euch nicht töten. Meine Mutter sagte mir, dies wäre unsere Rolle. Die Ma'at wieder herzustellen und Amun auf seinen Thron zu heben. Dafür wurde ich geboren. Deshalb musste ich mich verstecken und zusehen, wie sie ihre Kehle aufschlitzten. Damit ich die Stärke habe, Amuns Willen zu erfüllen. Das ist keine Stärke. Das ist Barbarei. Irr-Nif-Di-In. Das muss enden, Isidore. Ihr verratet Amun. Euer Volk. Eure Pflicht. Doch ich erfülle die meine. Oh, shit. Der letzte Pharao. Fuck. Ich bin am Arsch. Okay. Dann müssen wir unbedingt... ...eine andere Waffe haben. Das ist lebensnotwendig. Wir brauchen... ...Gesundheit bei Treffer. Die Sturmklinge auf jeden Fall. Aber hier... ...nicht brennen. Wir brauchen Gesundheit bei Treffer. ...Küste von Rusikade. Das dauert zwar lange, aber... ...es ist notwendig. Das ist Angst. Das ist ein Angstgegner, den wir jetzt haben. Schlaf beim Blocken. Fernkampfwiderstand, Nachkampfwiderstand. Das ist gut. Ich hätte aber gerne... ...Schadensabsorptionsrate. Und los geht's. ...Schlaf beim Blocken. Nachkampfwiderstand. Der ist... ...Schlaf beim Blocken. Ich bobbi. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Oh, 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 oh Oh, scheiße, ich hab mich geblockt Fuck Kamera, was macht die Kamera? Ich spiele es auf höchsten, auf Albträume Runden. Ohne Gegner Anpassung, das heißt ich bin nur drei Stufen über ihn. Okay, hier ist der Faser. Ich bin nur drei Stufen über ihn. Fuck Fuck Sie will beenden, was ihre Mutter begonnen hat. Was? Ein Ritual, um die Maat im Grab eines längst vergessenen Pharao wiederherzustellen. Ich weiß, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren. Aber diese Sphäre verdirbt alles, was sie berührt. Kein Quicksave zwischen dem Sack. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch wirklich unfair. Das muss enden, Izzy! Wir könnten doch auf einen anderen Punkt gehen, dass wir vielleicht noch Brennen nehmen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Mal gucken, wie das wirkt. Mal gucken, wie das wirkt. Das zu lange dauert, den auszuführen. Ja, dauert zu lange. Okay. Wir brauchen Brennen. Helpsiffer. Ja, ist ja klar. Danke, Spiel. Ich muss einfach sterben. Sie will beenden, was ihre Mutter angefangen hat. Scheiße, bringt mich um. Gornath. Ein Ritual, um die Maat im Grab eines längst vergessenen Pharao wiederherzustellen. Ich weiß, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren. Aber diese Sphäre verdirbt alles, was sie berührt. Das ist so scheiße. Zweig. Das ist eine Art. Das ist so scheiße. Das ist gut. Und zwar den Ingen.» Eine Frage zum Thema. Ja. Was. Ja. Das wettbewerbliche Musik. Wettbewerbliche Musik. Da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da Kack dich doch ins Knie, du Hurensohn. Das wird ein bisschen länger dauern. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir müssen finden, was ihre Mutter begonnen hat. Ein Ritual, um die Maat im Grab eines längst vergessenen Pharao wiederherzustellen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich brauche ein bisschen länger bei dem.